Aber hier war ein Zombie. Oh, wo ist denn der scheiß Zombie da, der andere? Hier, hier, hinter dir, hinter dir. Oh lol. Oh, ich hab' einen roten, rote Klammer. Ich hab' ne gelbe Kette hier, genau. Ich glaub, es gibt gleich das Robo. Bei dem Häuschen hier, bei dem Kleinen. Und wenn ich komm' da hin. Dann laufen wir jetzt da zur Tannenreihe. Wartet mal erstmal, bis die Kette wieder weg ist, nicht? Da gleich immer ein Server Start gibt, dann haben wir ein Problem. Du hast nur gelbe, oder was? Ja. Ich hab' rot. Jetzt ist weg. Ja, bei mir auch. Dann lass mal laufen. So. Schlauch vor. Moment, Moment, warte mal kurz. Boah, scheiß Berg hier, ey. Der Server ist auf jeden Fall gut voll mittlerweile. So, wo seid ihr? Ich bin vorne. Bei den Tannen. Bei den Tannen? Ich bin schon direkt beim Haus fast. Da oben sind zwei Leute. Da oben sind zwei Leute. Wo? Wo? Da oben direkt auch bei den Tannen. Ich hab' auf jeden Fall zwei Spieler gesehen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin hier oben. Wo denn? In den Tannen drin. Hey, ich hol' die Waffe raus. Ja, hol' die auf jeden Fall raus. So. Wer ist da hinten? Okay, das ist Markus. Okay, das ist Markus, okay. Ich hab' die Axt gezogen. Wo sind die, Hup? Weiter oben. Ein Stück weiter oben. Komm mal zu dir. Bleibt stehen, bleibt stehen. Ich leg mich jetzt hin. Boah, der Server ist bei mir ultra buggy grad. Das ist ziemlich scheiße. Ja. Der hat bei mir jetzt grad nach vorne geglischt. Die sind weit nach vorne, hab' ich die gesehen. Sind die in einem Haus, oder? Weiß ich nicht. Ne, die waren bei den Tannen. Auf unserer Seite hier. Also, ein Stück weiter oben. Boah, fuck, Alter. Die müssten jetzt eigentlich... Meinst du, die haben uns gesehen? Ich glaub' nicht. Müssten die eigentlich in einem Haus sein. Müssten dann warten, bis die aus dem Haus rauskommen und weiter Richtung Tower laufen. Genau. Die dann versuchen, hinten zu nähen. André, kannst du so weit aus dem Tannen rauskriechen? Ich hatte irgendwie... Lass es sein. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier im Liegen ziele, sehe ich nur Grashalme vor mir. Ja, du musst schon sitzen. Dann muss ich in der Hocke sein, ja. Ja. Ja, aber ich will jetzt einfach nur mal sehen hier. Ich sehe die Tür auf jeden Fall gerade. Ja, ich habe da auch den Raum im Blick. Fuck, Alter. Genau, ob dir meine Tuse noch so... Markus, dreh du dich mal Richtung Stadt nicht, dass der auf einmal gleich reinkommt. Ich habe die Tür genau im Blick. Ja, ich auch. Aber ich sehe keinen. Da waren auf jeden Fall zwei Leute. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Zwei Leute, Alter. Vater. Also einen auf jeden Fall. Ob zwei waren, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich glaube, das waren zwei. Toll. Weißt du was? Ich opfere mich. Oh, mach doch keinen Scheiß jetzt. Ich laufe jetzt mal zumindest ein Stück nach vorne. Also zumindest ein Stück weiter hoch die Tannen, wo die eben waren. Das ist doch nur eine Axt, Mann. Ja und? Also Hangar Seite ist, soweit ich sehen kann, frei. Die ist auch frei. Ja. Ja. Dann lass uns alle zusammen gehen. Entweder einer oder keiner. Äh, entweder alle oder keiner. Ich gehe jetzt ein Stück weiter nach vorne. Ich schleiche mich erstmal an. Warte, bleibt mal eher hinten. Rieche hinter dir. Hier waren die. Genau hier, wo ich jetzt bin, war einer. Das Gute ist, wenn wir von der Seite kommen, können sie uns nicht sehen. Die Fenster sind alle zu. Die sehen uns nur, wenn sie aus der Tür rauskommen. Ja. Markus, bleib du mal da und halt den Eingang im Auge. Du hast gerade einen Zombie-Bug. Ja. Kommst du da angerobbt. Ja, die Zeit nehme ich mir jetzt. Ah fuck, ich habe wieder ein mulmiges Gefühl bei der Sache hier. Ich bin am überlegen, ob ich alleine reingehen soll. Ich gehe es da rein, scheiß drauf. Dann ist doch dann, wenn die da drin sind, bist du tot. Oder schrei, schrei per push-to-talk friendly friendly, äh, help me oder so. Keine Ahnung. Friendly. Hallo, friendly. Ich habe glaube ich auch was gehört. Die haben die Türen zugemacht. Andre? Ja? Bist du dahinter auch im Haus? Komm mit. Moment. Ich bin beim Hub, ich bin beim Hub. Wo bist du? Siehst du jemanden? Nee, nee. Die haben auf jeden Fall dasselbe gemacht wie wir gestern. Warte, warte, warte mal, warte mal. Einer macht die Tür auf, ich leg mich hier hinten hin. Warte mal. Wir können ja hier, wir können nur durch das Gefängnis gucken. Und im Gefängnis ist gerade keiner, ne? Ne, da steh ich davor. Wer isst hier was? Ich nicht. Ich auch nicht. Wenn du die Tür auf machst und da einer steht, ist er weg. Okay, dann mach ich die Tür auf. Niemand da. Ah fuck, meine Mausempfindlichkeit ist so hoch. Ne, echt, echt jetzt. Alles auf Battlefield einstellen. Markus, geh mit ihm rein. Markus, geh mit ihm rein. Naja, warte, hier ist alles zu. Ist da keiner, oder was? Ist das schon mal nüt? Oder hat hier noch keiner gelootet? Aber hier hat doch eben jemand gegessen. Fuck, hier unten ist auf jeden Fall schon mal alles clear. Ich komm zu dir, Hub. Da oben hockt einer. Wo? Oben an der Treppe, da wo du gestern eben gehockt hast. Ja? Bei dem anderen, ja, da hockt einer. Auf jeden Fall. Ich sehe nämlich einen grünen Helm. Ja, der zielt auf die Treppe. Ja, ich sehe den. Mach die Tür mal zu. Ja, der zielt auf jeden Fall auf die Treppe. Jetzt ist er... Ach du, der kommt gleich, glaub ich. Hallo? Hallo? Wo siehst du den denn, Hub? Ich sehe den oben sitzen. Hallo, ich bin freundlich. Geh da rüber, André. Ja, machen wir den Kalt, oder? Gierig und Tür. Gierig und Tür. Gierig und Tür, André. Nee, natürlich mal mit dem Kalt. Ich verarsch den ja nur. Also, wenn hier jemand runterkommt, aber Hub. Du musst Bescheid sagen, wenn du hier zu mir kommst. Ja. Und ich hab die Tür mal hinter und zugemacht, weil wenn da einer dann... Ich hab dich gesehen, bitte nicht schießen. Scheiße. Der ist jetzt... Der ist jetzt... Ich jetzt die Granate würde ich für den Nate hochwerfen. Wo ist da einer? Weißt du, wo der hockt? Wo? Der hockt, wenn du die Treppe hochkommst. Hinten. Aber dann nicht genau dahinter, sondern rechts. Also, so ein bisschen daneben. Da, wo ich gestanden hab. Wo du gestanden hast. Ja. Eigentlich wär ich diesmal dran, gell? Eigentlich darf keiner dran sein. Wir müssen alle überleben. Die Frage ist jetzt, wer hat jetzt mehr Geduld? Ja. Markus, du kommst am besten auch mal hier zu mir, oder? Markus, komm mal rein und mach die Tür wieder zu. Und du drehst die Stand... Ich bin schon lang drin, die Tür ist auch schon lang zu. Gut, dann hältst du Wache an der Tür. Soll ich ins Gefängnis geh und mal rausgucken? Nee, bleib hier bei mir. Ich seh ihn nicht mehr. Aber der muss da sein, wo ich gestehe. Hast du den ganz sicher gesehen? Ja, natürlich. Der ist auch weggegangen. Ich hab den auf jeden Fall gesehen. Grafikpfad, oder was? Nein, das ist der. Auf jeden Fall. Ich hab den auf jeden Fall gesehen und der ist auch rübergegangen. Weil der scheinmal gesehen hat, dass ich ihn gesehen habe. Ja, aber wie hast du das denn gesehen? Du bist doch hier unten. Ich stehe unter der Treppe. Ja. Und kann so ein bisschen hoch gucken. Ich hab seinen Helm und sein Gesicht gesehen, wie der mit der Waffe gezielt hat. Alter. Der ist auf jeden Fall da oben. Immer noch? Wenn ich jetzt hochgehen würde, würde ich auf jeden Fall sterben. Oh ne, soll ich da hochgehen? Nein. Auf keinen Fall. Du nicht. Du hast die M4. Auf keinen Fall du. Wenn, dann lass ich mich killen. Und dann könnt... Dann lass ich mich auf der Treppe killen. Ihr bleibt da unten und wartet. Bis der looten will. Bis der looten will. Und dann knallst du... Das kann doch nicht sein, dass wir hier Opfer machen, ey. Ja, stimmt eigentlich. Das ist auch scheiße. Dann müssen wir wieder nach Berenzino und hast nicht gesehen. Ja, aber mein Gott, das ist halt so. Ja, klar, aber... Soll ich mich jetzt töten lassen oder soll mal gehen? Ja, dann gib uns besser deine Sachen. Sollen wir nicht gehen? Noch haben wir die Chance. Und draußen warten. Ja. Es gibt nur einen Ausgang. Ja, das wohl wahr. Sollen wir uns zurückziehen? Warte. Ey, wir haben... Wir sind drei Leute. Zwei mit einer Waffe. Und keiner will sich opfern, ne? Ja, weil... Ich sag dem jetzt, dass ich wieder gehe. Hä? Ich sag dem, dass ich jetzt gehe. Ich werde jetzt wieder rausgehen, ne? Also nicht schießen, bitte. Sag dem auf Englisch. Mach auf. Raus hier. André, wo bist du? Siehst du den Ausgang? André, wo bist du? Ja, ich bin hier. Wo? Alter. Ich kann dir sagen, wenn er rauskommt. Okay. Okay. Wir verharren jetzt einfach hier. Ich sehe auf jeden Fall so die Tür. Ja, aber es ist jetzt weiß, wenn du der Dude alleine bist. Ja, deshalb ja. Meint ihr das alleine? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn jetzt hier jemand rauskommt, ich schieße drauf. Aber nicht auf den Helm. Eifer drauf. Aber erst warten. Nicht, dass noch ein zweiter rauskommt. Ist egal. Ne, warte erst. Erst wenn er ein bisschen rauskommt, dann kannst du drauf schießen. Sobald ich glaube, dass er mich sieht. Ja. Ah, fuck it, Dudel, du. André? Ich weiß es nicht. Soll mir der letzte Zweiter reinlaufen? La Paloma-Taktik. Ihr geht drauf. Garantiert. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt... Die sind in der schlechtesten Position, André. Grohe Contra-Liste. Achtung, ich komme hier wieder, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Gut bist du da da. Okay, lassen wir das mal logisch durchdenken. Wenn wir da jetzt reingehen. Wir wissen nicht, ob er alleine ist. Und wir wissen auch nicht, was er an Loot hat. Wir wissen halt nur, dass er eine Waffe hat, aber welche... Oh. Tür ist zugegangen. Echt? Tür ist zugegangen. Geh nach... Geh da weg, André. Der ist bestimmt so ein Farmer, so ein Bastard, ey. Jetzt ist er wieder aufgegangen. Ich bin hier alleine. Ich sehe die in die Tür. Ja. Ich sehe die Tür, ja. Der muss doch da drin stehen. Ach du nicht, dass der am Gefängnis steht und ich da gleich wegknallt, André. Alter, ey. Bei mir hat sich gerade alles zusammengezogen, als die Tür zu ging. Ich geh schon wieder zu. Ist das ein Bug? Fuck. Meh. Der muss davor stehen. Der lockt uns da rein. Wie so ein Monsterhaus. Kommt rein, okay? Ey, das ist glaube ich echt... Das ist ein Camper, oder? Ich glaube, der Hock garantiert im Gefängnis. Der wartet, glaube ich, ernsthaft, bis da Leute kommen. Oh, geil. Tür ist zu. Lass mal looten. Waffe einstecken und dann reinlaufen. Genau. Beziehungsweise auch gar nicht erst nach rechts oder so. Da, Tür zu laufen. Markus, du hast doch eben... Du konntest doch eben den Eingang gucken. Ey, böse. André, zwing mich nicht dazu. Ne, ich zwing dich nicht dazu. Allein, weil auch das Gefängnisfenster daneben ist. Ey, das ist doch ein Bug, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ne, das ist der, der Typ. Garantiert. Das sind... Das sind zwei. 100 pro. Einer hängt im Gefängnisfenster und der eine macht die Tür auf und zu. Damit der uns jetzt da in die Sicht von dem Eingang lockt. Also so würde ich das jetzt machen. Keine Ahnung, ob die da so gelieft sind. Markus, wo bist du? Oder? Alka. Äh. Loll! Loll! Da hat einer gespawnt! Knall ab! Knall ab! Knall ab! Down! Oh! Loll! Oh! Drenn doch! Ja, ja, ich hab' den nicht gesehen! Der ist down! Oh! 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 Herrgott, Maria und Josef! Hab' mich gerade in Schock bekommen! Soll ich hingehen in den Looten? Ja! Und wenn einer rauskommt, dann ist er platt! Oh! Da geh die Tür auf! Weg da! Weg von dir! Weg da! Weg da! Der guckt raus! Der guckt raus! Hub weg da! Weg da! Vielleicht ist das ein Freund von dem! André, halt Tour auf Dings drauf! Ich halt auf die Tür! Spiel! Alter ey! Ohne Scheiß! Der ist voll gespannter als die andere! Der hat wirklich raus, obwohl er die Waffe gezogen hat! Ey mein Scheißjachts! Hat er eine Waffe dabei? Nee, die Tür ist immer noch auf! Ach, deswegen geht der jetzt dann nicht hin oder was? Ja! Ich will euch Waffe haben! Warte, bis die Tür zugeht! Alter, was ist denn das für ein Psychospiel? Der blöde Bastard in dem Haus da! Der blöde Bastard in dem Haus da! Der blöde Bastard in dem Haus da! Der müsste denn eigentlich Kehlen gehen! Ich trink was! Ich trink was! Ich trink jetzt mal Achtung! Könnte ich nicht trinken! Tür ist zu! Ich lauf hin und loote den! Tür ist wieder auf! Tür ist auf! Tür ist auf! Das sind zwei garantiert! Pass auf! Wetten werde ich jetzt wieder hingehen und mach den wieder auf! Ja! Da ist einer im Gefängnis! Einer ist im Gefängnis drin! Ich kann nicht looten! Ich kann ihn irgendwie nicht looten! Einer ist in dem Gefängnis drin! Das ist nur einer? Zwei! Also sind es jetzt echt zwei? Es sind zwei Leute, ja! Hast du zwei gesehen? Warte! Einer hat im Gefängnis drin! Ich bin jetzt rausgeguckt! Ja! Weißt du was wir hätten machen müssen? Äh, Hub hätte gesagt, wir gehen jetzt raus! Äh, ich gehe jetzt raus! Und wäre dann auch rausgegangen und die hätten die Schritte von draußen gehört! Und wir beide wären drinnen geblieben! Ja! Zumindest im Gefängnis oder so! Alter, ich hab den! Ich will den Typ looten! Ich will den Typ looten! Alter! Ich muss mir gerade meine Hände abwischen! Der ist jetzt wieder im Gefängnis drin! Er guckt ganze Zeit raus! Und der sieht dich nicht, oder was? Der sieht mich nicht! Mit dem okay, oder was? Ja, mit dem eh! Der guckt ganze Zeit so rüber! Über die Schulter! Der ist wieder drin! Der guckt... Jetzt guckt ihn wieder nid. Alter, weil so hab ich hier keine scheiß Mosin. Da würd ich hier sonst wo hingehen. Ja. Der Kacka, du da. Bin mir nicht sicher, ob das zwei sind. Soll ich das Gebäude mal umrunden? Ja, geh mal außen rum. Dass er mal so ein paar Schritte hört. Das Problem ist, die sehen mich hier hinten direkt. Die kommen nicht rein. Aber die können dich von da draußen nicht killen. Wenn die sehen, dass du nur ne Axt hast... Oh, Scheiße. Nein. Nee. Nicht jetzt. Das darfst ganz, ganz schlecht. Geht. Aber ich bin hier direkt gespawnt und... Hier steht kein... Hier steht nur ein Zombie und die Türen sind alle zu. Jawoll, ich komm zu dir. Ich lauf direkt da rein, ne? In das Haus, wo wir grad gecampt haben. Ja. Also ich bin hier drin, ne? Nicht schießen. Verbindungsvorgang ist gescheitert. Moment. Hier liegt noch ein grünes Barrett. Ah, jetzt hat es, glaub ich, geklappt. Oh, hier laufen. Drei Zombies auf mich zu. Ah, Hub? Ja. Komm mal raus hier. Ja, ich hör die Zombies. Die Leute sind so beigelaufen. Oh, André. Was? Ich hab den... Oh. Oh. Ich wollte den Zombie umnerfen und du hast den gestanden. Oh, hier oben ist einer im Haus. Achtung hinter dir. Ich hab ihn. Das war eine Rettung in letzter Sekunde, Junge. Bei mir ist grad ultra buggy. Egal, wir looten hier. Ich hab ein 60er Magazin gefunden. Loll. Loll, hier ist einer. Oh. Schön ungenäuft. Nein, Typ. Bei mir ist grad alles buggy. Ich renne hier irgendwo weg in die Tanne rein. Loll. Hier schieß einer auf mich. Renn weg, renn weg. Bist du da, André? Na, du blutest, Hub, du blutest. Bei mir nicht. Du blutest bei mir ultra. Ich lauf weg. Ich lauf mich aus. Ich lauf mich aus. Ich lauf mich aus. Ich lauf mich aus. Ich lauf hier, wo wir eben... an dem... an dem Heusel, wo ich stand. André, wo bist du? Ich lauf weg in die Tannen und lock mich aus. Ich lauf mich aus. Ich lauf mich aus, wo wir eben waren. Weiße? Ganz da hinten? Ja. Ja, 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 ja. Aber ich renne dich nicht. Also du stehst bei mir... stehst bei mir auf der Stelle. Ja, ich bin aber am Laufen. Ja, okay, ich lauf mich bei dem Haus aus. Ich lauf grad raus. Wo seid ihr? Unten bei der Hütte. Zu dem Haus, wo wir... äh, wo wir vorher waren. In den Tannen. Ja. In dem Wald. Ganz unten? Ja. Okay. Da, wo wir uns gesammelt haben. In dieser Scheun. Ey, ich geh mal hier grad vom Server runter, ey. Nein. Den einen Typen hab ich auf jeden Fall umgehauen. Das steht schon mal fest. Ey, du hast bei mir ultra geblutet, als wärst du gleich gut. Naja, ich blute aber hier überhaupt nicht. Lass mal einen anderen Server suchen. Hier, ich komm hier grad. Siehst du mich? Ja, ich seh dich nicht. Nein. Du siehst mich nicht. Ich seh... Ich seh dich aber. Ich seh dich aber. Ich seh dich aber. Ich geh jetzt hier runter von dem Server, warte. Ich bin jetzt in dem Häuschen drin und hab mich ausgelockt. Ich bin jetzt in dem Häuschen drin und hab mich ausgelockt. Ich bin jetzt in dem Häuschen drin und hab mich ausgelockt. Vielen Dank.